ja leute vielen dank dass du wieder eingeschaltet habt heute neues tabak review wundert euch nicht heute ist freitag und nicht sonntag anzüglich des darksides event was heute stattfindet bzw dieses wochenende habe ich mir gedacht kurz bevor ich jetzt nach frankfurt fahre zu dem event kloppe ich doch noch mal den besten darkside für mich raus und zwar geht es heute hier um darkside und zwar habe ich mir heute rausgesucht für euch die sorte darkside hola na wer scharf da haben wir also setup steht wie immer in der video beschreibung kopfbau und schnittbild blende ich euch wie gehabt hier ein so bevor wir aber zum review kommen kurze info also ich bin dieses wochenende auf dem darkside event und wenn ihr ein paar eindrücke von dem event hinter den kulissen haben wollt guckt einfach bei mir bei instagram vorbei ich denke mal ich werde jede menge stories posten da werden bestimmt auch ein paar gut lustige sachen bei raus kommen also instagram name kloppe ich euch jetzt einfach mal hier rein wenn nicht unten in der video beschreibung steht er auch nochmal deswegen würde ich sagen nicht zu lang quatschen fangen wir an mit dem review also kommen wir als erstes mal zum schnitt und zur feuchtigkeit wir haben jetzt hier übrigens die deutsche also die vorherige version die anderen die ich euch vorgestellt habe waren auch die deutsche version aber jetzt ist es die aktuelle deutsche version mit deren richtigen preisen also zum schnitt ist zu sagen ihr habt hier einen mittleren bis feinen schnitt aber eher mittel gehalten dazu kann man nicht viel sagen also schnitt ist okay aber er hätte etwas feiner sein können zur feuchtigkeit wie auch bei den anderen sorten seht ihr hier vielleicht also er ist schon gut feucht also wirklich sehr gut feucht aber der tabak ist dennoch perfekt eingezogen deswegen kann man dazu nicht sehr viel sagen kommen wir zum geruch vom darkside holder geruchlich einfach brutal ihr habt hier so eine richtig schön leckere haribo cola note also wirklich eins zu eins so eine haribo cola note extrem geil minimal richtig noch so ein grund tabak ton aber der ist so gering wenn man nicht wüsste dass man da noch grund tabak mit raus riechen soll bzw tut dann kommt man da auch nicht drauf also wirklich dieser haribo cola geruch ist hier wirklich perfekt im vordergrund ja deswegen würde ich sagen gehen wir über zur rauchentwicklung die pfeife ist jetzt auf jeden fall gut auf cola eingeraucht ich glaube in der wurden jetzt zehn köpfe cola hintereinander geballert weil wie gesagt der cola ist für mich wirklich von den darkside sorten der absolut beste tabak also ohne spaß aber jetzt zur rauchentwicklung die pfeife ist hier die pfeife ist hier die pfeife ist hier brauche ich glaube ich nicht viel zu sagen rauchentwicklung bombastisch wie bei jedem anderen tabak auch deswegen gehen wir über zum geschmack dafür ziehe ich noch ein zweimal und dann geht's los also zum geschmack ist zu sagen er ist nicht eins zu eins wie im geruch sondern im geschmack habt ihr eher so eine mischung aus haribo cola und coca cola würde ich jetzt sagen ja wie soll man cola halt beschreiben ist halt dieser haribo cola finde ich ist dennoch so im vordergrund aber ihr habt auch noch so einen leichten ton bzw leichten geschmack von einer coca cola als wenn ihr halt coca cola trinkt jetzt habe ich hier auch ein bisschen tabak an den händen jetzt nicht mehr jetzt ist er runter gefallen aber egal nein also wie gesagt der geschmack ist wirklich so eine mischung aus haribo cola und coca cola wirklich sehr sehr lecker obwohl ich sagen muss wäre er so wie im geruch also wirklich nur diese haribo cola würde ich ihn vielleicht etwas geiler finden aber auch so ist dieser tabak wirklich brutal deswegen würde ich sagen gehen wir über zum fazit also preistechnisch habe ich hier die aktuelle ovp mal gucken wirst du scharf ja hier 200 gramm 20 euro 99 haben wir dort hier nochmal dark side hauler in der core variante ja also preislich 20 euro 99 ähm muss jeder für sich selber wissen aber ich finde für einen dark blend tabak in der qualität mit den krassen aromen ist es wirklich vollkommen in ordnung ich habe immer so gesagt beziehungsweise ich sage immer tabak bis 20 euro ist noch in ordnung hier sind wir jetzt 1 euro teurer aber dafür halten dark blend deswegen von meiner seite aus finde ich preis leistungsmäßig wirklich top zum schnitt und zur feuchtigkeit gebe ich dem ganzen 6 von 10 punkten da der tabak wie gesagt etwas zu feucht ist in meinen augen und der schnitt etwas besser sein könnte zum geruch würde ich dem ganzen sogar 11 von 10 punkten geben weil ich finde den geruch einfach so brutal ich könnte die dose aufmachen und den ganzen tag offen stehen lassen so sehr feiere ich diesen geruch zur rauchentwicklung zeige ich euch einfach nochmal aber brauche ich eigentlich auch nicht viel zu sagen 10 von 10 punkten kann man einfach nicht mehr zu sagen und jetzt zum wichtigsten teil zum geschmack geschmacklich gebe ich dem ganzen wie im geruch 11 von 10 punkten da dieser tabak wirklich ein absolutes brett ist also ich finde cola mäßig kommt an diesen tabak wirklich kein anderer tabak ran auch wenn ich ihn hier in der core variante rauche finde ich ihn jetzt nicht allzu stark ich habe den cola auch schon mal mit ein paar freunden gerauchen die auf dark blend gar nicht klarkommen die sofort husten und alles aber selbst aber den cola den können sie irgendwie rauchen ja deswegen würde ich sagen ich genieße den kopf jetzt noch genüsslich zu ende genieße jetzt das wochenende in frankfurt bei dem dark side event und wir sehen uns dann nächsten sonntag wieder in einem neuen video mal sehen was es dann für euch gibt damit würde ich sagen wir sehen uns ciao